Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Ich hab gar nichts mehr. Doch, davon hab ich noch welche. Oh, Enforcer Kill. So, das wird doch nichts, ey. Das wird mich doch so umringen. Hack. Vor allem, hier kommen jetzt gleich 2000 von denen raus. Was ich dann alle erledigen muss. Das ist viel hier. Weil die Musik, die wird mich so, die Gamer wird mich so hier rausschmeißen. Scheiße. Hallo, Deckung. Deckung. Oh, Blumen ohne Ende. Was ist so übrigens auch hier von dem Titelbild von... Watch Dogs, Bad Blood. Oh, dieses Ton. Ach, du Scheiße. Mein Gott. Kommt doch mal in Sicht, Freunde. Oh, von dem ist Knie geschossen. Ah. Oh mein Gott. Die Fold ist so durch. Ray, ich kann nicht past diese Leute. Hör auf, dein Signal ist dicht. Kommt raus. Siehst du es? Ja. Das wird nicht einfach sein. Du sagst mir, woher zu gehen. Ich vertraue dir. Ach, du Scheiße. Da kommt man nicht drüber. Ach so, das ist ein Loch. Okay, das ist... Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Da muss er als nächstes hin. Genau hier. Oder? Ich probiere es aus. Jetzt, geh, geh. Oh, der würde mich ja so sehbehindert machen, dieses Geflicker mit den Monitoren. Dann haben wir hier noch eine zweite. Da ist noch eine zweite Kamera. So, er ist jetzt dahinter. Ne, hier ist er. Da ist er. So. Ich muss mich jetzt gerade wirklich konzentrieren. Also, mein Multitasking ist wirklich für den Arsch. Äh, scheiße. Ich wollte doch eigentlich noch Videos raushauen. Egal. Äh, ich bin jetzt in der Aufnahmepech gehabt. Ja, ich muss mal wirklich einen Aufnahmeplan machen, was wann kommt, dass man sich da mal dran halten kann. Geh auf. Jetzt, äh. Krieg ich nicht kaputt, den Freund hier. Ah. Geh, bleib hoch. Da, 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 da. Uh, das ist ein langer. Warte mal, wächst mal mal nochmal nach hier. Mein Gott, diese Hand. Die folgt es doch so durch. Aber, Spoiler-Warnung. In Watch Dogs haben wir ihn ja erledigt. Okay, er geht bis da. Aber wie soll ich denn dann an ihm vorbeikommen? Ah, okay. Ich kann ihn da reinlocken, oder? Oh mein Gott, schaffe ich das? Ich probiere es aus. Nein, nein. Bleib da, bleib da. Schnell, schnell, schnell. Ganz vorsichtig. Fuck. Oh. Okay. Den haben wir. Ich würde gerne nochmal zu der Kamera wechseln. Schaffen wir das? Oh, da steht einer. Auf jeden Fall, dieses Licht hier hilft nicht wirklich. Warte mal. Okay, der ist jetzt gerade da. Das ist übrigens so geschrieben, dass der auf jeden Fall nach da attraktiert wird. Raus da. Jetzt, geh. Jetzt, geh. Hehehe. Raus da. Ich bin durch. Kannst du die Tür für mich? Ja. Sind wir nahe? Muss ich da jetzt auch noch durch? Ja, muss ich. Ey, das ist aber assi. Hä, wie hat Daddy mich jetzt hier sehen? Ah, nicht durch die Beine schießen. Oh, ich hab gerade viele rausgenommen. Kann ich hier durchschießen oder was? Dreck! Ah, die kommt natürlich ziemlich genau. Hat noch so überlebt. Nein, 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 nein. Au, Bums. Ihr sollt... So. Schätzleins, hört doch mal auf, dir Scheißkanat hinzuwerfen. Sehr gut. Leute, übertreibt doch mal nicht. Hi. Idiot. Wo ist die Bombe? Ah, okay. Ich hab ja nichts mehr. Ein Scheiß ist das hier. Entering in an stricted area. Durchaus bewusst. Lauf! Meine Fris. What? Oh, erstmal skillen. Ähm, was haben wir denn hier? Wir hätten hier Profiler. Ne, 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 das brauchen wir eh nicht. Gucken wir, als hätten wir da zufällig irgendwas. Blast Resistance. Ah, wir planen nicht Fokus, wenn... Das ist doch gut. So. Meiner Fresse. Verdammt. Wäre jetzt cool gewesen, wenn das da jetzt wirklich gewesen wäre, aber find a way into the Control Room. Diese CTOS Kästen überall. Wie praktisch. Kamera. Auf. Everyone ist vorführend. Wenn ihr das tun... Ich bin froh, dass ich was ich gemacht habe. Und ich bin froh, dass dieses Fucknut dich zurückgebracht hat. Aber selbst wenn ich das behaupte, du nicht. Du nicht. Ich glaube, wir haben unsere Antwort. Kamera. Oh my God's. Warum komme ich denn nicht nach da hinten? Ja, schön. Mein Freund, du hast gerade das gleiche Problem. Geh, 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 Geh! Ray! Da bist du. Du bist okay, Mann? Ich dachte, du bist da tot ein Moment. Wie... Wie ich nicht, wie du bist. Und dann... Ich dachte, du wärst all so... wenn ich einen Ambulanz... Tobias! Ich bin gut. Warum hast du diesen Scheiß-Eing-Grunner in deinem Gesicht? Ich denke, du musst inhalte diese Füße für... Es ist möglich. Schau, Ray, ich dachte... Ich weiß nicht, ob ich wirklich will, in Chicago wieder zurückkehren. Bist du? Es gibt nichts anderes, was ich in meinem ganzen Leben wollte. Oh. Aber hey... Ich sage, ich stehe auf. Hypothetically. Ich versuche, zu finden... den Schenk in Bloom's Armour. Würdest du mir helfen? Absolut. Die alten Team sind wieder zusammen. Und wieder zurück. Ja... 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 Das ist okay, weil... ich habe jemanden in mir. Aiden Pierce. Aber... Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Es ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Ich habe mich nicht lustig. Ich habe mich nicht lustig.